Im Süden Perus hat sich ein Erdbeben der Stärke 5,2 ereignet. Es hat mehrere Todesopfer gegeben. Über die Anzahl machten nationale und regionale Behörden unterschiedliche Angaben. Perus Amt für Zivilschutz ging zunächst von vier Toten aus. In der Provinz Cayoma wurden hunderte Häuser zerstört. Erst vor etwas mehr als zwei Wochen hatte in derselben Region bereits die Erde gebebt. Perus Staatspräsident Pedro Pablo Kuczynski sagte der betroffenen Provinz Hilfe zu. In Cayoma liegt das Colca-Tal, das jedes Jahr tausende Touristen anzieht.